so halli hallöchen eine neue aufnahme von players unknown battleground mit gleichzeitiger ausstrahlung auf twitch deswegen wird das so ein bisschen doppel laufen hier ich mache das für youtube natürlich auch fertig aber ich streame jetzt einfach parallel ich habe zwar keine ahnung ob ich was reiße jetzt alleine leider weil alle anderen im urlaub sind wollen wir sehen vielleicht wird es ja was wir gucken uns erstmal diese wunderschönen ladebildschirm an diesen wunderschönen ladebildschirm ja so schön so schön so da sind wir im flugzeug ich muss mal eben ein doppelton hier ausmachen weil ich auf twitch noch bin habe ich gleichzeitig noch den stream aktiviert gehabt und es ist eine furchtbare lautstärke und leicht ruckelig warum auch mal hallo hallo so die ersten hauen hier ab steige ich dann mal aus das weiß ich noch gar nicht steigt hier mal aus und versuch mal nach wie heißt es wunderschöne heute ja ja was dann janker ich weiß was ich meine ich hier alleine recht cool machen falsch um auf und dann langsam zur stadt hin geschwindigkeit aufnehmen hier wieder da komme ich nicht ganz hin glaube ich sehr frühen fallschirm aufgemacht aber damit ich einfach weiterkomme ich hoffe dass ich auch mal einer findet der mich anschreibt aus den videos vor allen dingen finde ich also wer aus den videos wäre es traumhaft wo man einfach mal zusammenspielen kann dass wir mit klasse einfach mal ein paar runden zusammenzocken und aufnehmen für twitch für youtube ist es eigentlich völlig egal hauptsache mal was zusammen machen weil alleine ist das finde ich das extrem langweilig extrem langweilig also ich finde es nicht extrem aber ich finde es langweilig ich bin ja in der zone das ist ja gut du k fork tutorial ich bin ja jetzt ich sprühe ich 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 höre jetzt schon ein Auto. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Scheiße. Jeep. Eine Waffe wäre traumhaft. Eine Pfanne. Untertitelung. Energies bis zum Umfallen, aber ich finde es ist eine Schrubflinte jetzt auch ein bisschen Kompressor habe ich alles nicht habe ich alles nicht Kompressor 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 habe ich alles nicht Ich habe alles nicht Vielen Dank. Ich glaube, ich werde aber still und heimlich irgendwo anders hin verschwinden. Level 2 allein. Natürlich nicht. Konnte ich das auch noch erwarten. Da hinten ist ein Auto gewesen. Das habe ich eben noch gesehen. Ach, wo war die Tür? Hier. Schmerzmittel. Das wird, glaube ich, noch ganz schön heikel, die ganze Geschichte. Erwartet nicht so viel. Ich bin alleine, bin ich meistens furchtbar schlecht. Alleine spiele ich auch nicht so oft. Ein weiterer Grund, warum man zusammenspielen sollte? Ah, ein Maschinengewehr. Ein Maschinengewehr. So, die 9mm. Munition brauche ich für da. Die Kaliber da, für da. Okay, da halte ich alles. Schalterverhabe ich. Zweierweste, eine Zweierweste. Sehr gut. Die fällt mir. Oh, die haben 16. Tauschig. Da kann die... Die kann weg. Mantel nehme ich noch mit. 49 nur noch. Ja, die Zeit zum Lupen hier. Was ist hier denn da noch alles? Nichts. Ha, toll. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ein geilerer Helm wäre noch geil. Also, ein noch geilerer Helm. Was liegen denn hier so viele Pfannen rum? Zwei Rucksack. Ja, gut. Schmerzwelle nehme ich natürlich mal mit. Ist das hier noch Pistole? So, wir gucken auf den Klo. Noch irgendwas? Oh. Ne, ach so. Ich wollte gerade... Ich dachte gerade, das sind drei Rucksacks. Das wäre natürlich traumhaft gewesen. Also, ich wollte gerade mal mit dem Klo. taktische maske ich weiß immer noch nicht genau was diese taktik masken bringen sollen das ist jetzt das was ich zuerst der zeit gefunden hatte visiere und jetzt muss visiere brauche darf ich jetzt kann ich es wäre schlecht weg zurück laufe und die hole weg 2 helm sehr gut nämlich 3er hochsack knaller jetzt fehlt noch ein 3er helm und 3er west und ich bin glücklich vorher bin ich unglücklich vorher ist das nicht gut jetzt muss ich langsam auch nächste zone wird nicht bei mir sein jetzt gucke ich hier noch mal kurz rein und dann glaube ich mache mich schon auf den weg weiter richtung mitte die frage ist es laufe ich oder fahre ich ich glaube ich laufe das war mir so nicht von der pika her schmeißt dann so viele granaten nein das war nur ich hätte jetzt erwartet dass hier ich brauche noch ein schönes visier finde ich eventuell ja da hinten bei den häuser wo gerade bombe gesungen ist ich muss aber in die andere richtung das ist doof ich bin ja sowas ganz gut gerüstet nur visiere wären noch geil vierer visier auf jeden fall für irgendeine waffe also für irgendeine der beiden weil wenn es dann nachher losgeht und man muss sich so ein bisschen aus der ferne beschnuppern dann ist ein rotpunkt nicht gut für die Factor und Molli nur nämlich noch mit Molli ist manchmal nicht verkehrt manchmal Mellation liegt hier auf jeden fall nur visiere das ist irgendwie Mangelware gerade auch viermal suche auch wenn man drum bittet wenn man drum bittet 416 habe ich nicht mit einem 16 oder 416 aber also also im so und jetzt muss ich weiter Richtung Mitte hilft alles nix 36 das ist noch ganz schön wenig für so einen großen Bereich finde ich mal kurz gucken was ist da das Haus ist schön mittig geliehen dann laufe ich mal dahin sind da die Türen schon auf ja sind sie also wie gesagt wenn mal einer bock hat zusammen zu spielen und ein bisschen was zu reißen einfach in die Kommentare schreiben beispielsweise im Chat wenn jetzt einer bei Twitch zuguckt scheint nicht der Fall zu sein wie ich gerade gesehen habe ist das Flugzeug ist das Flugzeug ist das Flugzeug ist das Flugzeug hier fahren noch keiner tatsächlich 2er Helm Energies habe ich ja unfassbar viel also für meine Verhältnisse 3er Helm wäre jetzt noch geil und eine 3er Weste dann bin ich auf jeden Fall nicht schlecht gerüstet ich habe dich gesehen aber ich gehe nicht hin um ich gehe nicht mehr das für die Zone ist auch scheiße weg weg wo ist der hin toll, der muss ja noch laufen wie in ihrer scheiße, nehm ich dann vorne mit dem Energy, ne, am besten das kommt von gerade zu ach du kriegst die Tür nicht zu, ist das ein langer Weg vielleicht vorher nur anders gelaufen, verdammt mhm, Zone warum ist die schneller als ich warum sind die so komische Geräusche bei mir im Raum oh Flucht vor der Zone ich hab auch immer den langen Bereich natürlich, ne natürlich, was sonst ich hab den links, äh rechts hab ich gesehen, aber ich hab Zonenflucht DDR-Zeiten hier, Zonenflucht DDR-Zeiten hier, Zonenflucht hm schon wieder der lange Weg, wie soll ich das denn da hin schaffen noch schaffen ich hab da einen gesehen ich weiß, ich lauf hier zu offen, aber ich hab keine Zeit die Zone macht einen fertig, ey ja 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 das war vielleicht ein Fehler aber ich glaube ich werde sowieso gleich durch die Zone sterben vor mir läuft auch noch einer, toll mhm mhm das war's dann mhm mhm hm mhm 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 zone na ja ich mach das macht alleine keinen spaß das hier aufzunehmen deswegen werde ich das jetzt gleich schon wieder hier unterbrechen die folge zwar hochladen damit irgendwas hochgeladen ist und würde mich freuen wenn ihr kommentar da lasst wer mal bock hat mit so zocken steam hinterlassen oder einfach anschreiben und dann schauen wir mal was daraus wird okay bis zum nächsten mal und tschüss